Und wieder mal ein freundliches Hallöchen bei Let's Play Pokémon Smaragd. Im letzten Part haben wir den Kampfring gemacht. Wir haben das Gold-Symbol erhalten von... wie heißt die Schnäpfe? Wir haben das Grob-Symbol erhalten von Greta. Wir haben jetzt das Gold-Symbol von Ryan und von Lotta. Hm-hm-hm... Bomb-bomb-bomb-bomb-bomb-bomb-bomb-bomb-bomb-bomb-bomb... Ich denke mal, ich werde wie immer so einen Safe machen. Das ist eigentlich nur reine Glückssache. So wie die Pokémon angreifen, so greifen sie an. Ja, okay, du alter Opa. So. Safe State. Giflor. Ja, also ich mach gar nichts. Ich muss einfach nur drücken und mehr nicht machen. Herr Terra. Ja, das ist doch gut, Mann. Und Ninjask. So, der zweite Gegner wartet auf uns. Garados, natürlich. Das ist mal wieder mies. Setz doch mal Stärke oder sowas ein, du Vollhonk. Ja, okay. Ja, wenn du mal Donnerblitz einsetzen würdest. Danke dir. Noch nicht Hypnose andauern. Das nützt doch nichts mehr. Der ist doch eh schon paralysiert. Du Honk. Jetzt setzt du bitte mal deine wertvolle Attacke ein. Hallo, ich rede mit dir. Kannst du bitte mal irgendwie was anderes einsetzen, außer Hypnose? Das lief hier super. Der Drecksack dann da und die Hypnose einsetzt. Und Akani. Dritte Gegner. Yugong. Cedra King. Und wenn wir die Hurenkinder Erholung ansetzen, bin ich gar nicht. Jetzt setzt doch auch da mal was anderes ein. Okay. Gardaway ist ur-super beim Kampfpalast. Du Honk, setzt doch mal auch was besseres ein, außer diese Scheiße da. Rosana. In drei Runden bin ich gearscht. So, vierter Gegner. Giflor. Monschein. Naja, egal. Trauenfugil. Dann setzt auch Attacken ein, die gegen den was tun. Hallo. Hallöchen. Du sollst mal Flammenwurf einsetzen. Gardaway mit Hypnose. Oh, endlich setzt doch mal was Gescheites ein. Hallöchen. Du sollst was Gescheites einsetzen. Oh, na endlich. Oh, mit dem bescheuerten Fokusband. Relaxo. Na toll. Relaxo und Doppelteam. Jetzt lass die Attacke doch nicht daneben gehen. Du kannst, ich kann Gardaway vergessen. Der macht nichts. Okay. Und heute her, jetzt setzt es Himmel hinbein. So ist es doch viel cooler. Nur ich darf gewinnen. Ich bin der Gewinner. Ich darf nur gewinnen. Sonst niemand. Weiß ich auf jeden Fall, welches Pokémon ich nächste Runde nicht einsetzen werde. Der sechste Gegner wartet. So. Melodik. Wenn Gardaway nicht so ein Schwanzlutscher wäre. Ich liebe es Pokémon zwar, aber mit dieser Scheiße geht es mir echt auf die Eier. Wer sich an der Hypnose einsetzen würde. Jetzt setzt mal Psychokinesian und es nützt nichts. So gehört sich das. Why Lord. Kannst du jetzt mal irgendwas einsetzen wie Himmelieb oder sowas? Aber du sollst auch was einsetzen, wenn du dran bist. Nicht einfach immer hinschreiben. Du bist zu stark. Du kannst dich da angreifen. Schon wieder habe ich nur Gardaway. Das nervt. Wenn ich endlich da fertig bin, ich hoffe, ich bin bald fertig. Mit Gardaway kann ich nicht mehr kämpfen mit diesem Scheiß-Kampfpalast. Ich gewusst hätte, dass Gardaway dauernd Hypnose einsetzt. Hypnose ist ja generell super, aber er soll es nur einsetzen, wenn er nicht schl... Ja, ja, genau wie jetzt. Er soll es einsetzen, wenn er nicht schläft. Und nicht, wenn er schläft. Ja, toll. So, ich mache lieber einen richtigen Safe, weil dieses Scheiß-Spiels macht ja einen Safe, der du wohl ich lade. So. Toll, aber. So. 4 Non-Toner, endlich mal ein gutes Scheiß-Pokémon. Ballreiser, und schon wieder so ein Scheiß-Pokémon. Starmy. Naja. Setzt du eine Feuerattacke gegen ein Wasser-Pokémon, du Idiot? Denk mal nach. Oh, nicht Genesung. Nicht Genesung! Nee, so ist die schwulste Attacke, die es gibt. Sat Mewtwo. Greif doch mal an! Erstmal steht da immer, Zoom-Pack ist zu stark, oder was? Hm. Ja, siebte Gegner wartet schon. Gott sei Dank wartet er schon. Wieso, jetzt kann er wieder da und Hypnose sein. Aber du hast vier, drei andere Attacken auch noch, die solltest du auch einsetzen, denke ich mal. Wo hast du dazu keine Lust? Tengulist. Und Solarstrahl. Da haben wir noch gedacht. Tornupto. Tornupto. Halbender Pitcus. Ähnlich. Ja, okay, passt schon. Nein, will ich nicht. 35 Siege. Passt. So. richtig speichern wieder mal und jetzt gibt es kein Garderbäuer mehr im Team das ist nämlich gewaltig mit Gengar das gefällt mir gar nicht ach komm schon verarsch mich nicht nein nein sicher nicht safe load ja ok passt schon Melodik komisch dass die Gegner Pokémon immer genau das einsetzen was ich brauche um was sie brauche um mich zu besiegen meine machen das nie siehst du seht ihr Zoompex setzt ein Ding ein eine Bodenattacke gegen den Boden Pokémon und Erholung ich hasse die Attacke Erholung Erholung Doppelteam was noch dieses Degenerator da das sind Genesung also scheiß schwule Attacken die kein Mensch braucht bin ich froh dass sie die neuen Spiele nicht rausgeschmissen haben das gibt es nicht das gibt es nicht der überschreibt mir schon wieder den Spielstand gleich ich schwöre irgendwann wird diese Scheißdassertur aus dem dreckigen Fenster fliegen denn ich kapiere nicht wieso ich einen Safe State Knopf drücke auf den Ladeknopf wenn er mit einem Safe State macht dieses Dreckskind jetzt mach ich mal eine andere Reihenfolge ich bin so halt die Fresse Opa und stirb und Kofu schreien das darf man natürlich nicht vergessen ist genauso eine scheiß schwule Attacke was nützt es seinen Gegner zu verwirren nichts einen richtigen Pokémon Kampf habe ich nie gewonnen mit so einem Scheißdreck also ich habe immer richtige Attacken eingesetzt und nicht so ein Blödsinn wenn ich gewonnen habe dann habe ich gewonnen mit Feuersturm und Hydro Pumpe oder sonst irgendeinem anderen Dreck aber doch nicht mit so einem Scheißdreck so gehört sich das so nicht jetzt ist der einmal Erdbeben ein und oh my lord na toll mein letztes Pokémon ist ein Feuer Pokémon Attacke daneben komm schon so dritte Pokémon Kampf und normal speichern wieder Aerodactyl oh my lord oh my lord oh my lord Volreiser tisch die nerven was machst du hier eigentlich blödes scheiß gamepad wartet mal kurz ich muss diese scheiße da weg räumen ich habe kein platzmann maus scheiß dreht kannst du nach hinten gehen dreckigen kopfhörer was soll das für ein blödsinn sein man fickt dich ich hasse es wenn mein scheiß die schuhe aufgeräumt ist habe ich keinen platz vierte gegner wartet safe scherogs wst 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 die der kam es wieder so gut wie beendet ja der ist beendet wenn ich schlafe und das jetzt auch ein doppelteam ich verstehe es nicht da seht ihr road state 1 ich drücke auf f1 das ist zum laden kann mir bitte einer von euch sagen warum dieses scheiß emulator das macht schon wieder schon wieder road state ich wachs nicht muss ich wieder mal ein safe state machen du dreck sagt sowas regt mich total auf und so was auch natürlich wieder mal in der letzten runde da müssen sie ja wieder deppert wer die huren viecher ich bin mir schon im vierten kampf dort ist kein wasser pokémon was ich immer gedacht habe es schaut so aus wie eine schildkröte aber sie ist keine wo es ist schon eine schildkröte aber er zögert nur sein tod hinaus erst mit dem scheiß schaufler fick dich doch nein jasch So, der fünfte Gegner. Halt's mal. Schon wieder ein Potrott. Irgendwie hab ich ein Déjà-vu. Nur, dass dieser scheiß Viech da ein Schauflein setzt. Ja, das ist eh schon so schlimm. Es müssen wir noch ein Depp des Scheiß-Psyche-Pokémon hinterher in so Aschlo schießen. Das gibt's ja nicht. Dann noch ein Scheiß-Psyche-Pokémon, wo man das Scheiß-Pflanzen attacken kann. Ach, Mensch. Einmal noch. Komm schon, bevor ich nochmal... Ach ja, na, Gott sei Dank. Sechste Gegner. Safe State. Und nochmal speichern, weil... Er macht mir immer so ein Scheiß. Tanz. Geowatz. Panzer hier rum. Gar nichts. Echt ein Honk. Wirklich. Vorstellkern. Jetzt jetzt... Erdbeben... Äh, Flammenwurfen. Genau. Das ist sehr effektiv. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Und nun... So, nur näher gegen unseren Meister Palastregent anzutreten zu dürfen. Ich werde deinen Palastregent rufen. Bist du bereit? Bist du bereit? Ja. So ein Opa. So ein Schirer-Alter mit Bart. Ja, setzt nur auf Tizekolle an. So, ist das cool. Und Logo. Wieso muss er sich nicht aufladen? So. 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 Doch nicht so wie da. Sollst doch Surfer einsetzen. Aber so. Mach ich dieses Mal nicht. Ich setze jetzt Gewalt rein. Du Suicune. Nochmal, Laubklinge. Komm schon. Und nochmal. Okay, das ging jetzt nicht gut. Aber jetzt mit Logo. Komm schon, komm schon, komm schon. Noch nicht zu hervor. So. Dann muss ich es mal anders versuchen. Aber auch nicht so. Jetzt setze ich mal gegen Akani Dinge ein. Logo. Ach du Idiot, du sollst doch nicht kämpfen! Okay. Stop! Verlasse ich. Ich meine, ich gu 물 trye, dass ich mal auf Schatz parameters que wird. Ich gucke hier raus. Schatz. Ja. pencils weg. Das ist schon definitiv. Be эксперralte. Ja. Nee, ich muss es mit Glück schaffen. Und wenn nicht, mache ich es wieder offscreen und... ...dann klappt's wieder. So, jetzt ist es einigermaßen besser. Ja! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Und nicht Blizzard! Und nicht Surfer! Wieso darfst du, ich konnte nochmal angreifen? Er hat doch gerade angegriffen! Fickt sich jetzt in den Arsch, Mann! Das nervt wieder so. Ich weiß nicht, was für Pokémon die haben und... Endlich mal ein Volltreffer. Gena. Ja. Fugball. So, mache ich jetzt so. Ja. Oh, er darf schon wieder angreifen. Jetzt hätte er Glück gehabt und er setzt... Oh! Er setzt Schlitz ein. Und jetzt bitte Gott, bitte Gott, jetzt... Und ich bläser... Das kann noch eine einige Zeit dauern. Und so schon gar nicht. Mit Gewalt darauf fahre ich nicht die Kampfer. Leider ist er an erster Stelle. Natürlich muss ich ja Unglück haben, denn... Ganze Zeit habe ich ein Logo kommen oder... So an erster Stelle. Nein, natürlich muss ich jetzt... Ding! An erster Stelle haben. Komm schon! Ja, endlich! Nun, das war doch mal eine gelungene Vorstellung. Meine Gefährten konnten dich nicht unterbuttern. Euer Teamgeist ist wirklich anbetungswürdig. Komm, gib schon her. Ach je. Hätte ich doch nur ein bisschen Anstand. Ura, komm, gib mir dein Kampfzone-Pass. Das Seelensymbol erscheint in einem goldenen Glanz. Serenus, Ura, komm ruhig mal wieder her. Meine Gefährten und ich warten auf dich. Das hättest du wohl gerne. Wenn ich mit der scheiß Kampfzone fertig bin, dann... Komme ich nie wieder da hin. Nein, möchte ich nicht. So. 42 Kämpfe in Folge. So, und ich denke, wir gehen mal zu Scott. Muss ich den Wichs aber erstmal suchen. Hier ist er nicht. Hier ist er auch nicht. So lange nicht mehr Pokémon Center. Hier ist er auch nicht. Hier ist er auch nicht. Hier vielleicht. No. Aber wir können mal schauen, was wir kriegen. No. Das ist für eine Geheimbasis... Pus-Poster. Nein. Nichts von dem allen brauche ich. Überreste, Schluckrad. Erhebt die Erstschlagsquote. Ja, wir kaufen uns nichts. Aber wo ist dieser Schwuchtel, Scott? Bist du hier drinnen? Nein, hier ist auch nicht. Hier vielleicht. Ja, hier ist er. Oh, hallo, herzlich willkommen. Nun, wir lesen das von Anfang an. Na ja, er hat nur irgendwas gequatscht von... Ja, irgendwas. Und ja, das ist doch cool, weil wir müssen eh zum Kampfstadion. So. Erstmal schauen, was da ist, weil das Doppelte ist. Immer das Gold-Symbol. Ah, 10. Okay, 10 Turniersiege müssen wir haben. Jo. Also werde ich 8 Turniere machen. Also 3 noch. Und die restlichen 2 werde ich wieder mal mit euch machen. Und ja, natürlich zeigen, natürlich ja, ganz klar, Kampffabrik. So. Und das war der erste Kampf gegen Lothar. Ja, gegen Greta. Was sagt ihr? Ich bin doch cool, oder? So. Dann gehen wir im nächsten Part in das Kampfstadion. Im übernächsten Part hierher. Und als grönen Abschluss in der Kampfzone machen wir nochmal den Duellturm. Und hier ist er. Das größte Gebäude der Kampfzone. So. Ja. Dann werde ich hier den Part beenden und sage danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon Smaragd. Das Kampfzone Special. Also bis dann.